ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcafts filmbesprechungen sind ja immer wieder gerne gesehen und ich weiß ihr schlagt mir andauernd filme vor die ich machen soll oder ob ich die machen kann und ich das dauert immer ein bisschen weil der hintergrund ist bei diesen filmen ja immer diese copyright probleme also man setzt sich hin macht so ein video 30 40 50 minuten lang und dann nachher wenn man das hochladen und dann sagt die 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 das copyright haben sagen kannst du vergessen kannst nicht machen und dann guckst du dumm aus der wäsche egal vor acht monaten ungefähr habe ich steiner teil 1 gemacht jetzt kommt steiner teil 2 und ich hoffe dass das auch alles nachher so läuft wie ich mir das vorstelle das ist auch wieder so eine sage ich mal so eine geschichte geschichte teil 2 von dem film zu machen weil der erste erfolgreich war in der regel knüpft ein zweiter teil nicht so an oder holt einen nicht so ab wie der erste teil und das ist bei diesem film tatsächlich auch da dabei also für mich muss ich kurz ausholen 1979 wurde der gedreht und da war ich fünf jahre alt das heißt also ich habe ich natürlich erst irgendwann später gesehen aber geprägt war man natürlich durch steiner teil 1 mit james coburn der spielte an der ostfront und dieser steiner teil 2 spielt auch mit anderer besetzung an der westfront so aus der ganz alten truppe also wenn wir uns die besetzungsliste mal angucken ich versuche das mal aus dem kopf zu machen also wir haben da robert mitscham also war im ersten teil nicht dabei also erstmal ist ja natürlich das problem dass james coburn nicht wieder den steiner gespielt hat im zweiten teil sondern richard burt hat den steiner gespielt so ein guter schauspieler aber james coburn kaufe ich steiner allerdings ab ihm nicht so richtig dann haben wir gesagt robert mitscham haben wir da dann rott steiger dann haben wir kurt jürgens der noch mitspielt klaus lovic und das ist der einzige der auch aus im teil 1 dabei also der war im teil 1 schon unterwitz wie krüger und teil 2 ist damit dabei und ich sag mal so der der film ist dann auch gut gemacht also ich finde nicht schlecht aber manchmal sind so ein paar sachen die ja so ein bisschen grenzwertig sind lange rede gar keinen sinn worum geht es hier spielt also an der westfront steiner ist von der ostfront zurückgekommen hat urlaub bekommen ist in paris dann landen die alliierten in der normandie also im sommer 44 und dann geht es drunter und drüber und steiner wird in diese wirren der kämpfe mit reingerissen wieder allerdings ist sein freund bekannter wie auch immer der general hoffmann einer der verschwörer vom 20 juli und steiner soll irgendwie verhandlungen aufnehmen mit den amerikanern friedensverhandlungen oder was auch immer die da genau vorhaben das geht natürlich alles in die hose und natürlich ist auch wieder stransky dabei der hauptmann aus dem ersten teil anders besetzt natürlich der da auch wieder sein unwesen treibt und naja und die ganze suppe wird dann zusammengerührt mit allerhand kampfhandlungen mein plan ist wir gehen in die einzelnen kampfhandlungen so ein bisschen rein gucken uns waffen geräte an auch ein bisschen die ordnung ehrenzeichen weil die sind ja krieg ist ja schon ein bisschen fortgeschritten 44 alle hoch dekoriert die leute und da erzähle ich euch noch mal ein bisschen was zu und alles was möglich ist und nicht möglich ist und dann ja machen wir nachher noch mal ein fazit zu dem film also wie gesagt steiner das eiserne kreuz teil 2 mit richard burton in der hauptrolle und da steigen jetzt mal die einzelnen szenen ein so ich habe hier also quasi den den opener oder die die anfang des filmes wurde und die ganzen schauspieler gezeigt werden und so was habe ich mir vorgenommen und habe da einfach mal reingestoppt weil das so eine große massenszene ist wie man die in dem film nachher nicht mehr sieht das ist ja tatsächlich hier ostfront winter rückzugskämpfe und hier stehen überall geschütze rum und hier fahren fahrzeuge rum und so und ich finde das finde ich finde ich finde ich finde das haben wir schon wirklich gut hingekriegt auch wenn die geschütze und die fahrzeuge nicht unbedingt deutsche sachen sind aber so eine große szene hier zu machen im winter das finde ich schon ganz gut die lassen wir mal durchlaufen und hier und da gebe ich auch noch mal ein hinweis so hier seht ihr auch schon bisschen verschwommen aber hier alles ss-truppen mit ss-ruhen noch am helm die sind alle ordentlich am frieren also das muss ja schon 43 44 gewesen sein da haben sie natürlich schon ein bisschen winterkleidung gehabt aber trotz alledem also das nun mal so am rande so und hier dann auch man sieht auch schon dass wir uns hier mit mit moderneren panzern bewegen also was auch immer das ist ich kann das jetzt hier nicht zuordnen aber es ist auf jeden fall kein deutscher panzer und das auch nicht aus dem zweiten weltkrieg ich müsste das noch mal genau nachgucken aber das ist auf jeden fall auch wieder so eine szene die zusammengestückelt wurde mit irgendwelchen fahrzeugen also deutsche panzer finde ich in diesem film gar nicht also alles was ihr da seht ist auf jeden fall nichts deutsches so hier das ist auf jeden fall t 34 85 das kann ich schon mal so sagen so hier auch noch mal einer da haben sie natürlich jetzt hier einen balkenkreuz draufgekleistert und dann sieht das natürlich aus wie ein deutscher panzer und ganz auffällig natürlich auch bei den russenpanzern sind immer hier diese großen behälter an der seite jetzt umblendung jetzt natürlich noch mal ostfront und wir haben ja auch wieder ein t 34 85 und hier werden noch mal die kämpfe die rückzugskämpfe an der ostfront dargestellt ich glaube da kommt auch gleich noch mal ein sprecher da was dazu sagt die deutsche ostfront wurde nach einer schweren winterschlacht von der mit weit überlegenen kräften angreifenden roten armee immer mehr zurückgedrängt nach der katastrophe von stalingrad hier kann man das auch sehr schön sehen also t 34 85 mit dem breiten turm schon hier vorne sitzt der fahrer beziehungsweise hier sitzt noch der mg mensch und diese diese ganz typischen runden teile da auf dem heck wurde feldwebel steiners division bis in den raum odessa zurückgenommen die zeit der deutschen offensiven ist endgültig vorbei es gibt nur noch eine richtung zurück und hier kann man das auch sehr schön sehen hier zwischen den beiden noch durch eine panzerbüchse eine russische also diese russischen ptb ich bin auch zu dämlich russische panzerbüchse neue auch sehr schöne szene die deutschen türmen hier die russen kommt schon in den graben rein hier ist noch eine mg-stellung eine deutsche auf also mg auf lafette und das interessiert die gar nicht also wirklichen kampf wären die hier reingesprungen hätten geguckt wer ist denn da noch als feind oder die werden schon längst abgehauen weil die haben ja links und rechts keine deckung mehr ja das also mal zur eröffnungsszene und dann schauen wir weiter was steiner hier noch abliefert so dies sind herausgenommen damit man schon mal gleich die protagonisten erkennt also für die von euch den film nie gesehen haben er hier das ist feldwebel steiner sieht man auch daran ein pickel um schlossene unterwitz hier ist litze und zu den orden komme ich später noch mal also richard burton der schauspieler und er trifft gleich seinen alten widersacher stranski damals gespielt von maximilian schell heute ein anderer schauspieler weiß gar nicht genau wie er heißt aber auf jeden fall ein anderer schnulli gesamte russische armee steiner warte her du musst dir eine knarre beschaffen wer ist das feldwebel der freite anselm herr hauptmann habe ich mir doch gedacht ich vergesse nie ein gesicht haben sie nicht als vermisst gemeldet und jetzt nach vier tagen ist er plötzlich wieder da seltsam feldwebel jawohl ja da habe ich mich vorhin getäuscht also tatsächlich einer aus der alten besetzung aus der unterbezirk krüger ist der andere auch noch dabei der war auch im ersten teil kann man sich mal ehren aber gut jetzt wissen wir das genau man merkt schon gleich die beiden mögen sich nicht und der stranski will natürlich noch hoch hinaus aber so richtig viele ordner da auch noch nicht der zug fährt in 15 minuten ab pfeifen sie ihre leute zurück zu befehl naja am ersten teil wollte er unbedingt das ek1 haben hat er immer noch nicht gekriegt tja die wachsen eben nicht auf bäumen die dinger so hier steigen wir nochmal ein steiner hat den auftrag richtig mit seinen truppen diesen eisenbahntunnel zu sprengen sprengladung rein und den auf jeden fall nicht nur die schienen unbrauchbar zu machen sondern auch den tunnel zu sprengen aber hier kommt tatsächlich ein paar panzer durch und das schauen wir uns jetzt mal an man sieht auch schon hier die infanteristen hauen ab ne panzerfahrer wenn die lücken zu sind sehen ja auch nicht so viel da würde ich mich auch nicht wenn hinter mir so ein so ein t34 ankommt würde ich auch nicht liegen bleiben würde ich jetzt mal sehen dass ich von der straße komme komm raus so und ich bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher weil also das sieht ja aus wie ein t34 76 also von diesem block hier vorne und der fährt ja quasi auf diesen schienen und ich habe im vorfeld ein bisschen recherchiert also ich habe jetzt keinen t34 gefunden der auf schienen fahren kann und für mich sieht auch so ein bisschen zusammengeklöder aus als ob das gar nicht so richtig ist was das hier ist ob die den schieben oder so ich habe keine ahnung also wenn einer von euch weiß ob es t34 gegeben hat die auf schienen gefahren sind dann könnt ihr mir das gerne mal schreiben aber ich denke schon das ist irgendwie eine attrappe also das ja 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 wenn ja 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 also ich kaufe das nicht also für mich ist es eine attrappe das ist kein echter panzer den haben sie natürlich nur irgendwie dahin gebastelt damit steine den gleichen die luft jagt und auch dass der panzer ebenso hoch schießen konnte also dass er das mg so hoch schießen hoch vom winkel her so hoch bekam dass er nach oben schießen konnte wo der andere stand das glaube ich auch nicht also die haben natürlich im schwenkbereich gehabt aber ich glaube das war ein bisschen zu hoch wobei ich will mich festlegen so diese szene wo steiner mit dem general hoffmann zu tun hat also general hoffmann gespielt von kurd jürgens das ist ganz gut damit man ein bisschen ist einmal ordnen und ehrenzeichen durchgehen kann das machen wir mal ganz fix dann wollen wir das nachher nicht noch mal machen also wir sehen hier unteroffizier stahlfeldwebe steiner natürlich unterbezieher schlitze hier und das ist auch die unterbezieher schlitze hier auf der schulterklappe hier der pickel für den feldwebel hoheitsabzeichen ist klar hier sieht man so angedeutet noch den das ärmel abzeichen für panzer vernichter also im nahkampf ein panzer geknackt hier auf der anderen seite krim schild für die verteidigung der krim 41 42 hier die nahkampf spange wo wir im ersten teil ja immer dachten vielleicht ist es die goldene kann aber nicht sein passte nicht also es war die bronzene jetzt hat er hier mittlerweile schon die silberne nahkampf spange also für 30 nahkampftage gab es dann die silber nahkampf spange dieses band das obere band hier dass ihr seht das ist das band zum eisernen kreuz zweiter klasse unter unter ist die das band zur medaille winterschlacht im osten und natürlich steiner das eiserne kreuz erster klasse natürlich hier als steckabzeichen an der brust und darunter sieht man auch so ganz knapp ich weiß gar nicht ob ihr das sehen könnt nachher im video die sag schnell das infanterie sturm abzeichen das ist auf jeden fall schon mal steiner gucken wir mal weiter den kann man doch nur durchstehen wenn man nicht wie sie immer wieder unangenehm auf so da können wir auch schon mal einsteigen also natürlich ein general dass hier kurz jürgens der hier als general hoffmann und man sieht hier schon er trägt das ritterkreuz umhals also für tapferkeit mit dem eichenlaub dabei sieht natürlich nicht so schick und schmuck aus wie ein echtes aber ist halt natürlich die filmrequisite dann haben wir hier noch mal die wiederholungsspange zum eisernen kreuz erster klasse da erzähle ich nachher noch mal was zu und das ist die wiederholungsspange zum eisernen kreuz zweiter klasse diese ganzen bänder hier das sind alles kriegsauszeichnungen aus dem ersten weltkrieg oder auch schon aus dem zweiten weltkrieg die als bandspange getragen werden und das sind also ist so ein kleiner exkurs mal an die ordenskunde wenn jetzt noch mal andere ordnen irgendwo auftauchen dann halte ich da auch noch mal an und dann gehen wir da auch noch mal ran in ein paar minuten geht ein lkw ab da sehen sie wie die deutsche wehrmacht für ihre hochdekorierten feldwebel sorgt sie werden nämlich zur gleichen zeit da sein wie ihre division so was wir hier haben und das habe ich eigentlich nur kurz rausgesucht das ist diese fronturlauber sammerstelle wir fragen uns ja immer wieder wie das wenn man rudolf verfolgt unseren panzer schützen wie das gewesen ist wenn die auf urlaub waren wenn die irgendwo anders hin mussten und wie die wehrmacht das alles organisiert hat hier zum beispiel das ist eine fronturlauber sammelstelle das heißt die soldaten die alle irgendwie im urlaub sind oder unterwegs sind oder weiter die melden sich hier an der fronturlauber sammelstelle und da wird ihnen gesagt eure einheit ist da und da hier habt ihr die marschpapiere mit dem zug könnt ihr da und dahin fahren und da müsst ihr euch dann und dann melden und so wurden die alle dahin geschickt weil die wissen ja nicht wo ihre division dann steckt wenn sie denn ich sag mal aus russland nach hause gefahren sind zwei wochen drei wochen keine ahnung und wollen da wieder hin dann sind die ja nicht am selben ort sondern da muss man erstmal gucken wo muss ich überhaupt hin und das sind diese fronturlauber sammelstellen als beispiel und da ist er jetzt gewesen unter steiner ja genau das war das war das schon ja nächstes sehen ja auch ein bisschen mehr uniformkunde wir haben hier einen von steiners leuten da waren wir schon auf hasenjagd und die feldjäger also die fälsche andammerie hat sich den geschnappt weil die der meinung waren der ist getürmt und da das gucken wir uns mal an auch hier ganz kurz noch mal steiner mit seinem vorgesetzten hier der hat auch zwei panzer vernichter dran dann hat er sowie steiner auch das ek1 infanterie sturm abzeichen verwunden abzeichen und hier die nachgangsspange in bronze steiner hatte ich schon in silber und was hat er noch und da auch noch mal also den das fahrzeug was ihr eben gesehen habt das war ein schwimmwagen da bin ich nicht so fern mit diesen fahrzeugen aber ich auf jeden fall war das ein schwimmfähiger kübelwagen so das ist hier feldchandammerie sieht man auch hier polizei abzeichen an der uniform infanterie sturm abzeichen haben wir auch schon mal und hier dieses schild feldchandammerie das an einer kette um den hals liegt und deswegen heißen die die jungs auch kettenhunde und die haben quasi fahnenflüchtige und das war die polizei in der wehrmacht wenn ihr das so wollt und die haben quasi solche soldaten aufgegriffen und dann zu ihrer einde zurückgebracht er kann von glück reden dass wenig abgeknallt hat kümmern sie sich um ihn aber er haben wir müssen meldung machen machen sie was sie wollen unter offizier aber ziehen sie leine ja da ging es halt immer ein bisschen um führung und ja das hat er schon glaube ich ganz gut gelöst jetzt gucken wir uns auch noch mal die andere seite an wir haben uns die ganze zeit die deutschen uns angeguckt jetzt gucken wir uns die amerikaner mal an also ich hatte es schon erwähnt robert mitchum spielt hier in kernel und dieser kernel ist zuständig für eine panzereinheit und wir sehen hier ganz viele amerikanische panzer stehen allerdings sind das auch keine weltkriegspanzer sondern das sind sogenannte m47 pettenpanzer die nach dem zweiten weltkrieg erst entwickelt worden sind also am ende des zweiten weltkriegs hatten die amerikaner den pershing da gab es nicht so viele von der war dann aber nach dem krieg auch für das was ich sag mal für eingesetzt worden ist nicht mehr in ordnung deswegen wurde weiterentwickelt und dann gab es den m46 den m47 als zwischenlösung nachher den m48 petten benannt nach george c petten also den kommandeur oder den general im zweiten weltkrieg der an der westfront gekämpft hat und das ist auf jeden fall hier der m47 petten den ihr hier seht mal gucken was die vorhaben ja und hier unverkennbar robert mitchum mit seinem fahrer in willy street unterwegs hier tausende amerikanische truppen die herumlaufen und sicherlich wollen die den nächsten vorstoß machen weil die jährung also luftüberlegenheit haben sie sowieso schon dort und jetzt geht es immer weiter voran doch hier sieht man das ja auch noch mal also m47 hier oben noch mal ein kaliber 50 mg im browning schweres mg oben drauf und ja ist ein harter hund es gibt nur eins was er mehr hast als deutsche getränke gut auch nicht so spektakulär ging mir also mehr um diese panzer typen die wir nachher im endgefecht nachher uns nochmal angucken werden ja in der folgenden szene auch sehr schön zu sehen wie so ein alter ich sag mal nicht haudegen aber so ein Schauspieler wie Kurt Jürgens entspannt so eine Rolle als General spielt, ja. Also muss ich immer wieder sagen, Hut ab vor dem Mann. Ich hätte mir ganz gern mal das Tal vor dem Ort angesehen. Ich bin nicht sicher, ob es... Ganz kurz nochmal ein Stopp hier. Ihr wisst ja auch noch ernsthaft, sind meine Steckenpferde. Da kann ich ja auch nicht so anders. Aber wir hatten bei dem General Hoffmann vorhin noch nicht alles besprochen. Also wir hatten hier den Krimschild, den hatte ich vorhin noch gar nicht gesehen. Den er auch an der Uniform trägt, also war er auch in Russland eingesetzt. Dann hat er hier noch das Deutsche Kreuz in Gold. Für die, die das auch nicht wissen, die Reihenfolge ist ja eigentlich EK2. Jetzt ist nur die Wiederholungsspange hier. Dann EK1, dann Deutsche Kreuz und als nächstes das Ritterkreuz. Das war so die Abstufung der Tapferkeitsauszeichnung. Was hier nochmal zu erwähnen ist, hier haben wir noch ein Reiterabzeichen. Also das Deutsche Reiterabzeichen in Silber. Das heißt, viele Offiziere damals waren ja auch oft zu Pferden unterwegs. Kavallerie, das ist eine ganz lange Tradition. Und der wird sicherlich hier was mit Pferden zu tun haben in der Wehrmacht auch. Dann noch ein verwundeten Abzeichen hier in Silber. Das heißt, er ist auch mehr als einmal verwundet worden. Ja, das nochmal zu General Hoffmann. Teinfrei ist, ich habe es noch nicht durchgekämmt. Das habe ich auch nicht erwartet. Aber vielleicht können Sie mir Feldwebel Steiner für eine halbe Stunde pumpen. Selbstverständlich, Herr General. Feldwebel Steiner? Und Ihren Lagebericht, denn erstatten Sie bitte Hauptmann Kistner. Er hat eine Schwäche für alles, was er schwarz auf weiß sieht. Ja, und hier ist noch zu erwähnen. Also eine Adjutantenfangsschnur, das weist ihn aus als Adjutant. Werden heute immer noch getragen in der Bundeswehr, aber für andere Anlässen. So, die Szenarien haben wir nochmal rausgesucht, weil hier nochmal Uniformen und Dienstgrade und auch der Ablauf, der den Film natürlich weitgehend bestimmt, nochmal gezeigt wird, was hier passiert. Also der General Hoffmann, der zu den Verschwörern vom 20. Juli gehört, ist überführt worden. Und jetzt kommen zwei SS-Leute und stellen ihn zur Rede. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, die beiden Kameraden kommen hier rein. Wir haben hier auf der linken Seite einen Obersturmbandführer und auf der rechten Seite einen Hauptsturmführer der SS. Und was hier noch ein bisschen interessanter ist, also für Ordnenskundige interessanter ist, das sieht man gleich nochmal, dieses Band. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. So, er erzählt ihm hier natürlich, was passiert ist und dass er die Möglichkeit hat, sich den Freitod zu wählen mit einer Giftpille und so weiter und so fort. Das ist ja aber gar nicht relevant. Interessant sind da halt hier nochmal die Orden und Ehrenzeichen. Also Dienstgrad, habe ich ja schon gesagt. Dann hat er hier noch das große Parteiabzeichen, also das goldene Parteiabzeichen, das er mit goldenen Umrandungen hatte. Auch interessant zu sehen. Und das hier ist der sogenannte Blutorden oder das Band zum Blutorden. Wer das mal hinterher fragen will, müsst ihr mal eingeben, 9. November 1923. Oder Hitlerputsch oder Marsch auf die Feldherrnhalle. Das hat alles mit diesem sogenannten Blutorden zu tun. Den sieht man halt auch nicht häufig an Uniformen. Und gerade, dass dieser SS-Mann in dem Dienstgrad diesen trägt. Das heißt, er ist schon wirklich von Anfang an in der Partei dabei, was ihn auch hier mit dem goldenen Parteiabzeichen auszeichnet. Auszeichnet ist gut, also dass er das bekommen hat. Hier sieht man auch die Koppel, das Koppel tatsächlich von der Waffen-SS. Also da haben sie uniformtechnisch wirklich reingehauen. Das haben sie alles sehr ordentlich gemacht. Anträge der Verschwörung des Hochverrats und des Versuchs, den Führer zu ermorden. Hier haben sie die Anklageschrift. Sie haben das Recht, sie einzusehen, wenn sie das noch wollen. Nee, danke. Ich möchte mir das Lesen unserer von der Gestapo versauten Sprache ersparen, obwohl das wohl das kleinste Verbrechen ist. Gut, brauchen wir das nicht in die Länge ziehen. Im Endeffekt geben sie ihm eine Giftpille. Die kann er schlucken, dann wird seine Familie verschont. Habe ich auch noch durch Zufall aufgeschnappt. Das war dann Tic-Tac, den sie da hingelegt haben. Also natürlich keine richtige Giftpille. Aber er erschießt sich dann und entzieht sich dann halt quasi der Verantwortung. Und ja, das zu dem Thema. Hier steigen wir nochmal ein, weil hier ein bisschen Fahrzeuge und sowas rumstehen. Und da gucken wir uns noch ein, zwei Sachen an. So, das meine ich ja. Also wir haben hier einen Kettenkrad von NSU. Also vorne wie ein Motorrad hinten mit Ketten, hatte ich ja schon mal gesagt. Gibt auch eine bestimmte Bezeichnung für. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und das ist hier eine Panzerabwehrkanone. Und ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen, ob das jetzt eine deutsche ist. Also sie ähnelt ein bisschen einer 37mm, also da 3,7. Passt aber von den Reifen nicht, dann würde das hier wieder passen. Russische ist es auch nicht. Von den Reifen her würde ich sagen, es ist ein amerikanischer oder ein Umbau oder irgendwas zusammengefriemelt. Schlagt mich nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, keine 3,7, dafür wäre das Rohr einfach zu massiv. Und, also kann ich nicht einordnen. Ich denke mal, dass es irgendwas zusammengefriemelt ist. Ja. Ah. Fällt mir der Schneider. Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass wir endlich ein paar vernünftige Befehle bekommen haben. Haben Sie die Ansprache von Dr. Josef Goebbels im Radio gehört? Wie auch immer das nachher passiert. Also mit diesen kleinen Kanönchen kann ich keine Patton-Panzer abschießen. Also das reicht von einem Durchschlag schon nicht. Also wenn es 5cm sind, dann kommen die durch die Panzerung einfach nicht durch. Das nur am Rande, aber das gucken wir uns gleich nochmal an. So, bei der Szene steigen wir nochmal ein. Das ist auch ziemlich die letzte. Also es ist jetzt so weit, dass die Deutschen quasi, oder Urban Stransky hat diesen ganzen Platz mit Sprengstoff versehen, also unterirdisch, wollte, dass alle Panzer drauf fahren, hat die Bewohner dahingestellt und dann wollte er den Platz sprengen. Die Panzer fallen alle runden, alle kaputt. So, das hat Schneider vereitelt. Aber trotz alledem bricht jetzt dieser, ich sag mal, Endkampf in dieser Stadt los. Und den schauen wir uns an und da steigen wir immer mal wieder ein. Hoffentlich weiß. Aber lassen Sie mich erstmal die Zivilisten in den Keller bringen. Feuer! So, jetzt, der Pack hat jetzt geschossen. Natürlich, wenn ich einen Panzer irgendwie ungünstig an der Seite treffe, dann passt das auch. Also dieser Petten, amerikanische Petten, ist hier abgeschlossen worden. Und brennt auch gleich. Und mal gucken. So, man sieht hier, alle Deutschen haben irgendwie Maschinenpistolen, also die MP. Und bei den Amis sieht man auch ganz viel. Diese Grease Gun, also auch Maschinenpistolen. Ich glaube gar nicht, dass in der Truppe so viel waren, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Klaus Lovic, auch der Bezirk Krüger, den hat es jetzt auch erwischt. Das ist natürlich so, wo man hinter dem Schutzschild von seiner Panzerabwehrkanone steht. Das hat natürlich jetzt nicht die Panzerung. Und wenn dann so ein Panzer drauf schießt und vielleicht noch mit Sprenggranaten, dann ist sowieso für die Geschützbedienung es Feierabend. Wie wild die alle durch die Gegend ballern. Also hier, das erinnert mich immer an diese Western, wo die Kaos mal so geschossen haben. Pow, pow, pow. Ich habe immer gedacht, wenn man so macht damals, dann fliegen die Kugeln noch einen Tick schneller. Und ich glaube, wenn man hier so mit der MP rührt, dann kriegt man alle Gegner zu fassen. Das ist ja so ein bisschen Rambo-Manier. Aber gut, ist ein Film. Also ich schieße in ein Gebäude rein. Drei Deutsche fliegen raus. Also sind die Stellung auch nicht so richtig gut gewählt. Ich sage ja, Handgranate rein, reinschießen. Irgendjemand fliegt immer raus. Ist halt so. Okay. Ja, und am meisten leidet eh immer die Zivilbevölkerung. So, der Ölgefecht muss schon vorbei sein. Die fahren ja schon mit Luken offen. Und da kann ja nicht mehr viel passieren. Ja, muss auch furchtbar sein, wenn man all seine Kameraden verliert. Ja, Steiner hat die Schnauze voll. Dann gucken wir uns noch die letzte Szene eben an. Ja, sein Krieg ist wohl vorbei. Also das ist jetzt erledigt. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. So, auch wenn die Qualität von dem Video nicht ganz so gut war und auch nicht so viele Sachen zu besprechen, waren viele ein bisschen Uniformkunde. Es waren ja nun wirklich wenig Waffen zu sehen, außer die Panzer. Und bei der PAK bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Würde mich freuen, wenn ihr das genau rauskriegen könntet. Schreibt mir das gerne. Dann packe ich das in den Fehlerteufel-Kommentar nochmal rein. Also an den natürlich Teil 1, Steine 1, reicht dieser Film natürlich nicht heran. Aber die Schauspieler, die sind super. Die reißen das natürlich auch wieder ein bisschen raus. Thematik mit dem 20. Juli ist auch vernünftig. Und ich sage mal, die Deutschen werden nicht als Volldeppen dargestellt. Aber trotzdem, wie in allen Kriegsfilmen, ob das jetzt russische, amerikanische, englische sind, ich sage mal, die deutsche Wehrmacht schneidet nirgendwo gut ab. Das wissen wir. Aber das ist nun mal so. Da muss man einfach mal drauf klarkommen. Ansonsten finde ich auch diese ganze Zivilbevölkerung, die eingeblendet wird hier, ich habe ja nun diese Szene nicht explizit rausgenommen, aber was die an Leiden musste, und das ist auch wieder der Punkt, den ich bei aller Faszination für diese Filme, für den Zweiten Weltkrieg, für die Waffen und alles, das sind ja alles Tötungsmaschinen. Ob das jetzt Pistolen, Gewehre, Panzer, Flugzeuge sind, um Menschen zu töten. Und deswegen ist das auch alles kein Spaß. Also auch wenn man das sich gerne anschaut und sich damit reißen lässt, es ist einfach, Krieg ist fürchterlich. Und wer das vielleicht schon mal miterlebt hat von euch, der wird mir da zustimmen. Also vor allem die Veteranen unter euch. Also ich, Afghanistan-Veteranen und solche. Die anderen, denke ich mal, leben eh nicht mehr. Ja, aber trotzdem, unterm Strich finde ich, trotzdem gut gemachter Film. Kann man sich immer wieder angucken. Historisch korrekt, naja, muss man mal so da lassen. Aber die haben sich halt 79 Nachrichten übergegeben, solche Filme zu machen. Ohne CGI, ohne Trick und das muss ich sagen. Kann man sich immer wieder angucken. Das soll es gewesen sein zu dem Film Steiner, das Eisernen Kreuz Teil 2 mit Richard Burton und Robert Mitchum und Kurt Jürgens. Ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, die Filmbesprechung. Einer weniger auf der Liste, den ihr mir immer vorgeschlagen habt. Lasst gerne einen Kommentar da, ob euch das gefallen hat. Einen Daumen hoch, ich akzeptiere auch einen Daumen runter. Und wenn es denn so sein sollte, dass dieser Film wieder nicht monetarisiert wird durch Werbung, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ja, bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Ja, moin Leute. Diesen kurzen Einspieler oder diesen Clip, den seht ihr tatsächlich nur dann, wenn mal wieder Copyright-Probleme aufgetreten sind. Das heißt, wenn ihr das hier seht, dann ist es wieder ein Video, das nicht mit Werbung hinterlegt ist, weil der rechte Inhaber einen sogenannten Copyright-Strike gemacht hat. Das heißt, die ganze Arbeit, die man in diese Videos steckt, wird nicht entlohnt. Also YouTuber verdienen ja ihr Geld damit, dass immer diese Werbeeinblendungen kommen, die ihr nicht mögt. Aber das wirft halt ein paar Euro in den Hut. Also das ist quasi die minimale Entlohnung. Und das funktioniert bei diesem Video auch nicht. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einen Euro da lasst. Hier oben seht ihr jetzt, in der Ecke, den Paypal-Button, der ist auf der Frontseite. Wenn ihr einen Euro da lasst, ist es super. Wenn ihr auch nur einen Daumen hoch da lasst, weil euch das gefallen hat, ist es auch super. Wenn ihr einen Kommentar da lasst, ist es auch super. Nur auf diesem Wege wollte ich euch sagen, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt bei den Videos, wo ihr diesen Clip jetzt hier seht, geht das über einen Euro bei Paypal. Wäre super, muss aber auch nicht sein. Vielen Dank und haut rein. Vielen Dank.